TV-Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Heute ist deutsche Bundeskanzlerin Sebastian Puffer. Ja, da sind wir wieder. Ein schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Grüße nach NRW. Die Kinder haben morgen frei. Juchu! Das wird ein Top-Betreuungsschlüssel. Wir müssen direkt losmachen. Wir müssen direkt zu unserem Lieblings-Bundeskanzler. Ihr seid gut drauf. Es ist noch gar nicht Karneval. Olaf Scholz rettet die Welt. Es ist wieder so weit. Unser Lord Valium von Schnarchistan hat sich mit Wladimir Putin ... Nee, das ist Französisch. Wladimir Putin, der war's. Mit dem hat er sich getroffen, der Kuscheldiktator aus Ladaland. Bam! Um ihm mal ordentlich ins Gewissen zu reden. Und dabei, ich war sehr begeistert, hat unser Kanzler richtig Humor bewiesen. Scholz, in einem Moment erstaunlich locker, spielt auf Putins Amtszeiten an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhatte, im Amt zu sein. Aber ich jedenfalls hab das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig. Vor allem das süffisante Grinsen von Putin. Putin hat nur gedacht, der suche aus Deutschland, wer ist dieser kleine freche Mann? Und wo ist die Frau mit den komischen Anzügen? Dann dachte er, ganz schön aufmüpfig für jemanden, der bald wieder von der Bildfläche verschwindet. Stichwort Plutonium im Tee. Klar plant Putin nicht ewig im Amt zu bleiben, sondern einfach nur für immer. Die beiden haben sich im Kreml an einen Tisch gesetzt und miteinander geredet. Und dabei ging dieses Foto um die Welt. Das ist mal ein Tischchen. Das ist der Tisch Longboard von Ikea. Und soll ich Ihnen was sagen? Alle regen sich drüber auf, aber das ist Fake. Das ist Fake. Denn wer schon mal im Kreml war, Grüße Gerd, weiß genau, da sieht es eigentlich gar nicht so aus. Das ist perspektivisch komplett verzerrt. So saßen die beiden nämlich in Wirklichkeit zusammen. Ganz andere Atmosphäre, oder? Wer kennt es nicht? Samstagsabends guckst du ZDF, Tüteschips, zwei Pullen Bier. Das ist die Wahrheit. Und jetzt, in diesem Moment, nimmt ja auch parallel zu uns der Bachelor bei RTL seine Rosenarbeit auf. Habe ich Rosenarbeit oder Rosenarbeit gesagt? Rosen. Es ist eine Rosenarbeit. Egal, ich kann Ihnen nur Folgendes raten. Bleiben Sie bei uns. Ja. Und wer jetzt noch immer beim Bachelor sein sollte? Umschalten! Ich bin für Sie da. Ich bin für Sie da. Sie brauchen nur TV total zu gucken, das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem beim Bachelor, da sind ganz schöne Assis am Start. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht den Bachelor selbst, sondern eher die Sahnetörtchen im Primark Outfit. oder wie wir gerne sagen, die Bumsinchen mit Niveau. Ich habe keinen Bock im Fernsehen, mich so aufzuregen. Ich habe keinen Bock im Fernsehen, jemanden auf die Fresse zu schlagen. Also wirklich. Ja, im Fernsehen nicht, sonst schon. Oder wie muss ich das verstehen? Komisch, wenn ich den Bachelor sehe, dann habe ich permanent den Drang, jemanden in die Fresse zu schlagen. Und damit meine ich nicht die Sahnetörtchen im Primark Outfit. Aber nicht alle sind so auf Krawall gebürstet. Es gibt da eine Dame und der geht es nicht. Und das möchte ich ausdrücklich betonen. Ihr geht es nicht ums Berühmtwerden. Sie, sie meint es wirklich ernst. Mit der Liebe beim Bachelor. Das ist so eine Extremsituation. Ja, und für mich auch und für alle anderen auch. Aber ich bin hier echt, um jemanden kennenzulernen. Ich bin hier for real. Also ich will einen Boyfriend haben, wenn ich hier rausgehe. Ich bin hier echt für dich. Ich bin hier nicht um Fame oder für irgendwas. I'm real for... I'm real. Ich fühl dich. Ja, sie ist hier nicht für Fame. What? Cool. Unter uns, wir legen diesen Ausschnitt. Und damit meine ich nicht ihr Dekolleté. Den legen wir mal zur Seite und sprechen uns in ein paar Monaten nochmal. For real. Zum Bachelor for real zu gehen. Das ist ungefähr so, als würde man in einer Schlagersendung seinen echten Liebeskummer in einem Lied verarbeiten. Naja. Wir hatten ja letzte Woche schon festgestellt, dass der Bachelor ein unglaublich cooler Typ ist. Zumindest wenn es darum geht, das Wort cool viel zu oft zu benutzen. Aber das war anscheinend erst der Anfang. Denn jetzt, meine Damen und Herren, kommt der Bachelor Returns. Der Bachelor in COOL 2. Jetzt noch cooler. Wir haben eine super coole Location hier. Okay? Da sind echt viele, viele coole Muster mit dabei. Und ich glaube, das Haus hat jetzt einen unheimlichen Wert. Es ist viel cooler, wenn man zusammen lachen kann. Es wird echt cool. Also packt auf jeden Fall auch Schwimmflügel ein. Wow. Cool, ne? Ja. Cool. Die Gruppensituation sind cool. Wir sind alle eine coole Truppe irgendwie, ne? Oh, das ist so cool. Ich bin gelernte Tourismuskauffrau. Oh. Cool. Bin aber, würde ich auch sagen, total der Beziehungstyp. Ich bin selbstständiger Make-up Artist. Make-up Artist. Cool. Ich bin Macher, kein Lacher. Ja, ja. Cool. Dankeschön. Echt cool. Ich reiß jetzt erst mal ein halbes Jahr. Cool. Hat sie bewiesen, dass sie das macht? Also, cool. Cool. Also, hat mir gefallen. Ich fand das cool. Aber hey, ist doch cool. Meine Leibgerichte sind so Pasta. Ja? Cool. Obwohl ich Russin bin. Und du hast gerade echt coole Schuhe an. Und das finde ich sympathisch, das finde ich cool. Danke. Ich kann das nicht oft genug sagen. Cool. Cool. Es stehen so viele schöne Wörter im Duden. Ich verstehe es einfach nicht. Der Bachelor, ich habe das Gefühl, der hat ungefähr den Wortschatz eines Zwölfjährigen mit dem Wortschatz eines Sechsjährigen, der aber nur ein Wort kann. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie geht es beim Bachelor eigentlich weiter, kann ich Ihnen sagen. Wird scheiße. Ja. Applaus Ja.